Das Spiel wird präsentiert von Körner Humboldt, AEB in Dresden mit dem Arteshotel. Ich wünsche mir den Spielern des Dresdner SC viel Erfolg, auf geht's! Darfst du dich einfach nicht für interessiert haben. Ja, ja, das ist geschehen! Ja! Ja! Oh nein! Ja, sauer! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja! Oh! Oh! Ja, das gehört zum Konzept! Oh nein! 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 Ja, neben jedem Platz aber so, ist es quasi stark! Ganz im Manuel ist alles einkalkuliert, spielen doch auf der Seite! вой Wir Schön! Ey was? Das war doch Ball gespielt! Wie lange wartet der denn? Das war die beste Fester. Jetzt kommt es! Oh nein! Ja! Das ist ein Mann! 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 Schön! Was macht der denn? Ja! 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 Komm! 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 Ja, das kann man schon machen. Mach das Mittelfeldüberwerfen, ist ohne. Nicht durch! Tschüss! Sehr gut! Oh nein! Was ist das denn? Ja, das ist schon eine Masse. Wir haben letztes Jahr über 100 Vortrags. Ja! Der hat uns auch gemacht. Der hat sich ziemlich viel geschossen haben, oder? Nein! Andere Richtung! Das ist nochmal so ein kalt-Wasser-Shot. Ganz klasse! Der ganz super Hinseite. Der innen kann so ein bisschen schicken. Ich weiß! Der ist jetzt so ein bisschen reintritt. Der ist schon gut. Der ist schon gut. Der ist schon gut. Ich mach's! Was hat er denn versucht damit? Schön! Arrrrr! Arrrr! Arrrrr! Alte Scheisse. Das war eigentlich auch schlecht. Ach ja, spekulier. Na komm so schlecht es ist mir. Wie vernachelt. Was gibt es überhaupt nicht hier? Oh, na klasse! Was macht's mit Rico heute? Was hast du dafür gestochert? Was hast du dafür wahr sein? Schreit! Wollt's direkt machen? Ja! Wollt's direkt machen? Los! Wollt's! Wollt's! No, 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 no! Jetzt, jetzt, jetzt! Nein! Das ist gebellt, Marc! Kommt jetzt! Wollt's! Komm mal rein! Wollt's! Wollt's! Was ist das denn? Das glaube ich dir nicht. Der WC hat zur Pause gewechselt. Die zweite Mannschaft ist DSG gegen den FC ist am besten. Zweiter Mannschaft, 10.34 in Steyr. Also die gleiche Begegnung, wo zwei vor Dresden... Ich habe keine Story. Das ist wirklich mal. Na gut, dann hat man halt Glück. Ja, okay. Geht da mal einer hin und hilft? Na ja... Boah! Ja, das klingt ja an, es mischt! Aaaaaaah! Außer keiner vorzunehmen! Ich bin mehr und mit. Ja. Boah. Boah, Schalt da rum, ey! Wir setzen uns einfach alle auf die Titanenwarte. Nein! Schön! Schön! Soll ich sieg! Oh Gott! Oh Gott! Ui? Da muss doch mal einer reinfallen. Komm, kriegst du den! Ja, schon! Nein! 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 Komm jetzt! Jetzt! Los! Weiter, weiter! Weiter, Mann! Wie lange ab? Nein! 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 Siebsten ist raus, wir sind vom Freien. Das geht so überhaupt nicht. Jetzt haben wir halt mal auf Mannspielen. Sieht ihr ja nicht? Das sind die Lade. Es drehen sich zu hoch. Nein! 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 Das sind die Lade! Hervorragend! Hervorragend! Mal in die nächste Woche weiter! Nein! Ja, mal! Mach nicht! Mach nicht! Ja! Weiß ich auch nicht. Nächstes Spiel. Ja, nächstes Spiel. Ich weiß nicht. Wir haben uns mal alle das gemächt. Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.